Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Gino und willkommen zu einem weiteren Part Let's Draw Final Fantasy Record Keeper. Ja Leute, nachdem der letzte Part ja eher ausgefallen ist, werde ich jetzt meinen zweiten Versuch starten, weil momentan ja nicht genug Mitril, deswegen momentan jetzt erstmal der zweite Versuch. Eventuell kommt noch ein dritter Versuch. Ich hoffe, ich werde, ich bleibe davon, ja, ich erspare mir das, aber ja, ich weiß es nicht. Aber ich will die Sachen echt unbedingt haben, deswegen ist es mir einfach wert. Okay, es war jetzt halt, sag ich mal, wieder einfach nur doppelte Sachen dabei, aber ja, es ist ja im Grunde und Ganzen, ich habe jetzt gerade die Rüstung von Freya auf 8 Sterne gebracht, die hat richtig gute Werte, muss ich sagen. Und demnach, ja gut, man kann sagen, es ist verschwendet, aber egal, ich werde es trotzdem noch einmal versuchen. Ach, ich sehe auch gerade, ich habe ja noch den 100 Gem Draw, den könnte ich eigentlich auch noch machen. Ah, ah ne, komm, lassen wir es sein. Wir werden einfach noch einen 11er Draw machen, noch einen, ja, Wagen, 50 Mitril, 36 haben wir dann noch Rest. Ich denke mal, es ist machbar, dass ich dann noch für einen weiteren Draw was sammeln kann, aber ich weiß es ehrlich gesagt dann nicht. Ob ich es eventuell, wenn doch, dann sage, okay, nee, ich lasse es erstmal. Weil ich auch gehört habe, dass jetzt eigentlich bald zwei reduzierte Draws wieder kommen sollen und dafür will ich eigentlich auch wieder Mitril haben. Die hauen momentan so viel raus und man kann kaum so viel Mitril horten. Das ist schlimm. Aber ich werde es jetzt einfach noch einmal mindestens versuchen. Äh, ne, doch einmal mindestens versuchen, ja. Ja, so rum, passt. Und, äh, ich hoffe jetzt einfach mal, dass zumindest eine Sache dabei ist. Ich würde mich schon wirklich mit dem Burst oder mit den Handschuhen, mit der Legend Materia oder eins von beiden, wäre ich schon extrem zufrieden mit. Es wäre halt einfach auch dieser Attack Boost, der sich bei Zidane, weil mein Zidane halt fast vorher komplett war, extrem, ja, ausmachen würde. Es wären 20 Attacken mehr, wenn es beides dabei wäre. Und 10 Attack, wenn allein eins dabei wäre. Es ist, es ist halt, Zidane ist mein Damage Dealer. Und demnach, ja, TK, gut. Macht Sinn. Und deswegen, let's, fetz und, oh, drückt mir die Daumen. Ich bereue es irgendwie fast, aber, ja, jetzt haben wir eh wieder den ewig langen Ladescreen. Also, ne, wie ist bei euch so das Wetter? Bei uns schön, warm, ne? Ach, ja. Schauen wir mal, wann der Part oben ist. Nicht, dass er im Dezember hochgeladen wird. Und ich sag, ja, warm. Na, komm. Ah, komm, komm, komm. Bitte, 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 bitte. Was schönes. Zwei. Kein Overstrike. Zwei. Okay, also, ja. Es ist, also, wie gesagt, ich wäre allein schon mit einem erst mal zufrieden. Beides muss es gar lieber sein. Oh, bitte, 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 bitte. Okay, es ist was Neues, aber, nee. Jetzt habe ich den auch auf acht Sterne. Mäh. Warum will dieses Spiel so sehr, dass ich Steiner benutze? Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt doch einen 100-Gem-Draw noch. Da. Und wenn da jetzt der, 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 äh... Na, mal schauen, erst mal, erst mal gucken, ob das überhaupt funktioniert hier. Ob das funktioniert hier. Natürlich nicht. Da. Einmal. Na? Funktionierst du? Scheint so. Ach, Mann. Ja, gut. Mäh. Wie komme ich da raus? Wups. Das war jetzt gar nicht so geplant. So. Gut. Ja, okay, den 100-Gem-Draw werde ich dann wohl offscreen machen. Auf jeden Fall. Ja. Leider wieder nichts dabei gewesen. Na. Ach, und jetzt sehe ich, dass sich mein Fenster verschoben hat. Na, geil. Okay, an der Stelle beende ich den Part dann am besten und sage, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's draw. Final Fantasy Record Keeper. Also macht es gut, Leute.